Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um den Delta-Zeitreihen-Übertrag, den DZÜ. Ein Begriff, der vielen vielleicht nicht ganz so bekannt ist, der aber extrem relevant und wichtig ist, denn schlussendlich, alles, was wir entlang der Abrechnung und Bilanzierung so tun, mündet im DZÜ. Also das ist fast schon die Ende der Kette, wenn es darum geht, was wir überhaupt so in der Energiewirtschaft machen. Und deswegen möchte ich das heute mal ein bisschen zusammenfassen. Wenn ihr euch noch gar nicht mit dem Thema Mavis und Co. beschäftigt habt, dann solltet ihr vielleicht erst mal mit dem Video in unserem Kanal anfangen, mit dem Titel Summenzeitreihen und Clearingen. Das ist eine ganz gute Grundlage für das, was wir jetzt besprechen, denn darin geht es unter anderem darum, dass wir ja Energiemengen in irgendwelchen Formen herumschicken und damit dann ja auch Dinge tun, um das möglichst gut zuzuordnen. Und was ist dann der DZÜ ganz am Ende? Der DZÜ enthält schlussendlich alle Energiemengen, die bis nach der Clearingfrist nicht korrekt zugeordnet werden konnten. Also die Energiemengen, die praktisch irgendwo noch übrig sind nach dem Clearing. Das ist der DZÜ. Aber fangen wir mal damit an, wie wir dorthin kommen. Also wir würden ja in der Energiewirtschaft ständig irgendwo Energiemengen prognostizieren, zum Beispiel indem wir die Jahresverbrauchsprognose von dem Kunden zusammen mit dem Standlastprofil anwenden. Dann können wir eben sagen, in folgender Viertelstunde wird er wahrscheinlich folgende Energiemengen in etwa verbrauchen. Dann messen wir irgendwann mal die Energiemengen, die Zählerstände oder in Zukunft die Zählerstandsgänge über die Smart Meter. Und dann schicken wir die so hin und her an die verschiedenen Marktpartner über zum Beispiel Zeitreihen und Summzeitreihen. Und schlussendlich müssen wir dann auch irgendwie noch in die Abrechnung kommen. Also Energiedatenmanagement, Bilanzierung, Abrechnung. Was ist jetzt aber, wenn dort einfach mal Unstimmigkeiten aufkommen? Und vor allem so zwei ganz zentrale Dinge. Einmal Bilanzierungsfehler, indem wir zum Beispiel falsche Stammdaten haben. Weil zum Beispiel die Jahresverbrauchsprognose von Kunden einfach komplett daneben lag. Das ist so ein ganz typischer Fall. Oder zum Beispiel auch einfach Unstimmigkeiten in der Zuordnung von Energiemengen. Wenn also zum Beispiel auch nicht ganz korrekt prognostiziert wurde, dann wurde auf eine andere Weise verbraucht. Und das ist jetzt noch nicht richtig zugeordnet. Also der Schuldige ist noch nicht ganz gefunden. Das sind so die zwei Quellen für die Eintragungen in die Delta-Zeitreihen. Die sogenannten DZRs. Das sind also die Energiemengen, die wir jetzt erstmal in irgendeiner Form nicht ganz korrekt irgendwo zuordnen konnten. Jetzt entstehen dort schlussendlich zwei verschiedene Arten von DZRs. Nämlich einerseits die UNB-DZR, also die Delta-Zeitreihe für den Übertragungsnetzbetreiber. Die besteht aus dem Saldo aller Bilanzierungsgebiets-Summenzeitreihen der Kategorie B. Das sind also alle Energiemengen, die in den Bilanzierungsgebiets-Summenzeitreihen seiner Regelzone aufkommen, die in der Aggregationsverantwortung der UNBs liegen. Deswegen Kategorie B. Minus dem Saldo aller Bilanzkreis-Summenzeitreihen der Kategorie B auf Bilanzierungsgebiets-Ebene. Dazu gibt es nochmal andere Videos, die das alles auseinandernehmen. Keine Sorge, wenn ihr euch damit noch nicht auskennt. Minus dem Saldo aller Delta-Zeitreihen-Überträge in seiner Regelzone. Das ist erstmal seine UNB-Delta-Zeitreihe. Wir kommen gleich zum DZÜ. Beim Verteilnetzbetreiber ist es so, dass die NB-DZR praktisch aus dem Saldo aller Netzzeitreihen, in seinem Gebiet, minus dem Saldo aller Bilanzierungsgebiets-Summenzeitreihen-Kategorie B, also Aggregationsebene UNB, minus Saldo aller Bilanzkreis-Summenzeitreihen-Kategorie A, also in seiner eigenen Aggregationsverantwortung, die vom NB, vom Verteilnetzbetreiber, minus dem DZÜ, der ihm zugeordnet ist. Das ist seine NB-Delta-Zeitreihe. Das seht ihr ja hier nebenbei, das könnt ihr euch also anschauen, aber worum geht es denn jetzt dabei? Die Delta-Zeitreihe wird schlussendlich vom Bilanzkoordinator auf einen Bilanzkreis von entweder dem UNB, im Fall der UNB-DZR, oder auf einen Bilanzkreis des Verteilnetzbetreibers, im Fall der NB-DZR, gebucht. Der Bilanzkoordinator ist ja zuständig für schlussendlich die gesamte Koordination, damit auch Durchführung und korrekte Durchführung und schlussendliche Abrechnung aller Bilanzierungsvorgänge. Dementsprechend wird er jetzt alle Unstimmigkeiten, die übrig bleiben, auf eben einen Bilanzkreis, damit auf ein virtuelles Energie-Mengen-Konto von entweder dem UNB bzw. respektive dem Verteilnetzbetreiber, buchen. Der UNB prüft jetzt pro Bilanzierungsgebiet die Energiemengen, die hier wirklich irgendwie unstimmig sind. Das heißt, er ermittelt den jetzt tatsächlichen DZÜ, den Delta-Zeitreihe-Übertrag, also die Energiemengen, die jetzt nach Clearingfrist immer noch nicht korrekt zugeordnet worden sind. Die prüft er jetzt, die findet er raus und schickt praktisch jetzt eine Meldung. Hey, lieber Netzbetreiber, ich bin der Meinung, ich als UNB bin der Meinung, du bist in der Verantwortung für diese Energiemenge. Die Energiemenge ist jetzt irgendwie übrig, du musst die jetzt nehmen, die gehört zu dir, das habe ich rausgefunden. Das ist ja das Ziel vom UNB, jetzt zu sagen, hey, ich kann dir zuordnen, denn sonst bleibt er am Ende irgendwo drauf sitzen. Und er schickt die jetzt praktisch dem Netzbetreiber. Dazu schickt er auch die Info an den Bilanzkoordinator, aber er schickt vor allem die Info an den Netzbetreiber. Der Netzbetreiber prüft das Ganze jetzt und sagt am Ende, ja, nein, vielleicht und antwortet praktisch mit einer Prüfmitteilung. Die Prüfmitteilung kann jetzt sagen, ja, ja, ich als Netzbetreiber sage, lieber Übertragungsnetzbetreiber, ich sehe das ein, diese Energiemenge gehört schlussendlich jetzt doch zu mir und dann wird diese jetzt abrechnungsrelevant für meine schlussendliche Bilanzkreisabrechnung. Das heißt, der Netzbetreiber übernimmt dann praktisch die Verantwortung für diese Energiemengen und muss da schlussendlich irgendwo auch Kosten dafür tragen. Oder er sagt mit seiner Prüfmitteilung, nein, ich sehe das nicht so, diese Energiemenge gehört nicht zu mir. Dann geht die Prüfmitteilung entsprechend an den Bilanzkoordinator und den UNB. Okay, dann muss der UNB schlussendlich doch nochmal so eine Art Clearing durchführen, nämlich über die Bildung der DZÜ-Liste. Die DZÜ-Liste, also der Zeitrein-Übertragsliste, ist schlussendlich sowas wie eine Clearing-Liste, also die enthält wiederum die Stammdaten, die zu diesen unzugeordneten Energiemengen korrespondieren. Heißt, er will es praktisch nachweisen, ja, lieber Verteilungsbetreiber, das gehört aber zu dir. Dafür schickt er also die DZÜ-Liste herum und dann muss der UNB am Ende jetzt sagen, ja, okay, ich sehe es ein. Oder bilaterale Klärung, also wirklich mit Telefon und E-Mail, hey, nein, hier gibt es wirklich nochmal was zu klären, das ist nicht so. Dann müssen wir nochmal was an den Stammdaten korrigieren. Und dementsprechend ist ganz am Ende entweder der Übertragungsstandsbetreiber oder der Verteilungsbetreiber zuständig für die Energiemengen, die hier irgendwo übrig geblieben sind. Und natürlich kann es dann durchaus nochmal sein, dass es hier wieder eine Weiterberechnung gibt an einen Bilanzkreisverantwortlichen, der schlussendlich dafür verantwortlich war. Aber so funktioniert schlussendlich ja der DZÜ. Energiemengen bleiben übrig, wird jemandem zugeordnet, UNB sagt, du bist dran schuld, versuche das nachzuweisen. Und am Ende gibt es eine Prüfmitteilung, die eben Ja sagt oder Nein sagt. Und dementsprechend muss es dann doch ganz am Ende mal eine Entscheidung geben, die schlussendlich im allergrößten Zweifel durch den Bilanzkoordinator auch stattfinden würde. Das ist also alles relativ komplex, ist aber eigentlich trotzdem ganz einfach, weil es einfach nur das Herausfinden ist, wer ist für die Energiemengen zuständig. Naja, so funktioniert also der Delta-Zeitreihen-Übertrag und die Delta-Zeitreihe DZÜ und DZR. Ich hoffe, ich habe euch das mal halbwegs rüberbringen können, worum es dabei eigentlich geht. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt die mal unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal. Und wenn ihr auf der E-Wirt seid vom 11. bis 13. Februar 2020, kommt vorbei, Halle 4, Stand 619. Das sind wir, das ist Energiewirtschaft einfach, da kann man sich die Energiewirtschaft einfach machen lassen. Ansonsten seht ihr hier nochmal das Video zu Summenzeitreihen und Clearinglisten und den ÖNBs. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.